So Leute, ab geht´s in die Schattenschlucht mit den Wehrhasen Blacks oder Diana? Hallo! Dead Rabbit! Baisarius! Hallo! Und Anon Rabbit! Hallo! Dead Rabbit und Baisarius sind glaube ich ein bisschen leiser, aber sonst... Oh mein Gott, das ist so gegen Gems... Was machst du denn Baisarius, wie viele Edelsteine haust du denn raus zum wechseln? Soll ich auch nochmal? Just for fuck Ich habe einmal gedrückt, Leute, ich habe vorher... Peurer? Ja. Und jetzt habe ich stand viel bekommen. Ein sehr netter Tausch. Wir haben keinen Schützen, wir haben gar nichts. Wir sind am Arsch. Aber seh ich mal an, wer die Helden am besten kann. Nur Toro, Laurel und Baisarius mit seiner Wonder Woman ist ein bisschen erfahrener Rest. Das wird lustig. Ich hab die schon 13 Runden lang gespielt, okay. Das wird lustig. Ich hab kein Skyn. Toro OP mit seiner Ulti. Sprecken uns alle an. Loll wieder echt krass, ne? Loll mit... Ich hab Stamfi, ich hab Stamfi oft gespielt. Das ist immer, wenn überhaupt. Ist nicht mein Held. Da gehört Diana. Tauschen, tauschen. Tauschen, tauschen. Ich hatte vorher Zahnis, aber den kann ich auch nicht. Den hätte ich genommen. Den hätte ich genommen. Den hätte ich genommen. Ja. Bist du auch schon besser? Das hat sich vergessen. Nur hier kann man Sachen kaufen. Und heilen gibt's nicht. Kein zurücklaufen. Nur bei den Türmanns gibt's Kreuze. Ach nee, Astrid hat ja mal. Boah, Astrid hat ein Mana. Hey. 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 Tobi hat kein Mana. Wir gehen an der Seite. Keine. Alle auf ihn. Ah, danke. Stamfi Power. Okay, doch nicht. Aua. Nicht Stamfi Power. Stamfi Power. Provozieren. Produzieren. Wir machen keinen Damage. Wir haben keinen Fernkämpfer. Wir haben ein bisschen im Marsch. Aua. Ist meine erste Fähigkeit. Das einzige Fernkampf ja, ne? Ja. wenn meine ulti es gibt keine heilung ich habe keine ahnung jetzt gibt es teil und das könnte mir leistet hätte ich angeblieben ist gesagt wie kassi allemal ziemlich krass am laurel etwa oder johannes lowlife dann könnte ich mir holen du bist ja haben die johann gestritten warum stehst du den kreis drin ich weiß nicht und die ach so kein mal ums egal hat sogar willenskraft mit die machen alles richtig ist ungefähr und nicht vergessen jetzt stampfen wir hier hoch ich sehe man schon die ulti die erste fekert rein ich wollte noch helfen ich kriegte noch und hank ist ja erst drei astrid jetzt durch ihre passiv passiv ist ja schon super passive und und die aber jetzt nicht so viel schild gibt es auch ich bin dann denke ich meine ulti nein ich mache den meisten schaden hier beim nochmal drauf und tschüss und weiter geht's und erste fähigkeit noch mal und tschüss und noch mal beim und Zwei kills vor der wind Stampi power ich hätte auf der mit sparen zu Wir können zu fahrheit zu wechseln oder irgendwas Der baut ihn auch voll ab Das bringt es voll voll mit dem modus Ich denke ich bin ein leister und die auf mir rum Ah ich wollte noch helfen Sache wie du lowlife bist und trotzdem reingehst Scheiß drauf Warte Oh shit Was war das? Ich wollte richtig dumm ankämen und sagen was war das und wir dann in hier holen und auf einmal holen sie den Tower Das ist ein sehr muss Ich darf doch meine Ulti rausbringen Hälter Dauert CC Nein Nein Nein, ich bin noch umgeschubst Uaaah, ich hab noch rausgeblickt aber ich sterb da drin Ah Ja warum hol ich mir diese Schuhe, die haben drei mal Magier und so erst mal uns der wald wie komme ich hier raus gar nicht glaube ich auch das wird schon hallo was machst du ja das sehe ich aber warum ist jetzt auch ziemlich blöd hier dass die haben die haben alles auf fernkampf aber genau der das ist der folie op kopf ab geht die party hier stammt die bauert diese ulti ja ja wir können die drei also ich bin ja pass auf was ich da jetzt mache der abstauber mit dem ja ich bin vorher verdeckt ich muss ich hoffe ich bin also frostmann habe ich jetzt da kann ich weg also irgendwie tut das weht sich das so was auch du scheiße trüppel gehen auf to das motor was ja tor geht ab gleich kommt megakil nein der kann ich verteidigen alleine aber crash nicht reingehen auch noch und die hast du ja warte machen wissen dass man kann sich schützen inzwischen auch das war eine schöne ich habe ja das war mein ulti meine ja ich habe ich habe jetzt schon mal dass der der fahrten also der weggekommen ist bekommen hat das in fünf gegen fünf sind alle fünf reingelaufen der tower wäre schon weg und also der nächstes wäre schon weg nicht alle reingelaufen und dann hatte denn er uns alle gekillt und dann war das ist dann gar nicht mehr reine müssen wir leben keine sorge der kriegt ist nicht wenn du zurück ist doch aber mich kriegte aber ich kann mich nicht heilen springen zurückgehen dass kein kreuz da da hinten ist noch ein turn da war schon weg namen ist ja das ist ein turm gestorben aber jetzt jetzt können sie durch tor und tor wird hochgeschleudert stoppen das spielen wir haltet es auch schwierig auch ein man kann sie ja leider nicht heilen ok das ja okay das schreibt und zu verfolgt mit stand wie zu sehen nicht die ahnung ja das ist komisch doch endlich doch das war der gesetz folge ich meine folge gegen die falsche richtung sich weg springen ich habe das gefühl dass ich einfach nur da habe ich nicht mal raus das kacke konnte überhaupt nicht einsetzen das war ja hast du hast ganz kurz zeit zwischendurch muss das bei mann die fähigkeit ich brauche mir jetzt erstmal schön hier schon mal rein warte mal kurz dass der ansatz von uns ich hab mir auch schon gut ist der bald für gekauft es kommt bei mir gleich ich brauche mir erstmal bollwerk ich habe zu hohe abredenzeiten aus einer ulti das ist schön auch nur das war eine felle nein da geht alle torte nein wir haben so viel distanz scheiße wir haben gar nichts die erste möglichkeit von schabgat das ist ja stimmt ja noch keine zweite mensch wurde das würde man niemals pecken gegen natur war so ok da hast du das vergessen bei sauer der gegner mehr leben als du sprichst du das geht nicht mehr das ist schon fertig ich habe auch noch draufgemacht das wird auf jeden fall hochgeladen wir haben uns auf jeden fall ich muss sagen wir uns lange geschlagen mit zehn minuten geschlagen gegen die ganzen fernkämpfer gegen voll unvereigene johann schießt ganz mit bogen drauf der ziemlich schlecht war aber dann vor allem was nach gemein ist noch die ulti von illumina und die erste fäger die auch laura kann russpringen boah das ist echt fies na da ist mit seinen teppich elf kills mit seinem teppich guck mal guck mal toro an 3 4 21 er hat ein triple kümmern ich frage mich immer noch wie er das bekommen hat wenn man leistet sie super mit seinen teppichen wenn die ganzen wenn wir immer vom häufchen rumlaufen ich hab acht kills dort ich war meistens ich hab hier keine kürz gar kein kürz gemacht ich hab voll rein voll ja ich hatte schon ziemlich schlecht dass da ane doch nicht ich hab den meisten damit zu machen aber die wenigsten du hast der schlechtere ich weiß werden meistens gemacht die letzten alle am killstil bei saison genau gleich wieder minions sagen gemacht das ist lustig ist im prozent an ein prozent das hast du mehr lustig naja ist es game easy gewonnen leute er hat genau 100 prozent die prozente prozente aber genau schaden sind ja ich gelesen ja ich meine die prozent warum immer das gleiche was anderes gesehen habt ihr falsch geguckt trotzdem gefallen hat das geht leichter probiert doch gerne mal selber es macht echt spaß sollte man nicht nur nicht so oft spielen das senkt ein bisschen die wien und wenn wir zu gefallen lassen leichter schreibt gerne was in den kommentare lassen aber damit zu was noch bei den let's place vor den anderen und bei den guide videos und ich von arena weiter bis jetzt mal viel spaß